Am 4.4. gegen 19.45 Uhr wurde die Polizei Bonn zu einer Rauchentwicklung bzw. Rauchgeruch zum Bertha-von-Suckner-Platz alarmiert, hatte jedoch keine weiteren Feststellungen. Gegen 20.00 Uhr wurde die Polizei erneut und die Berufshäufe alarmiert, allerdings konnten keine Feststellungen gemacht werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Im Einsatz waren ein Funkstreifen-Kraftwagen und das Rangtischfahrzeug 1. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.